Das sind Walliser Nachrichten auf Tele-Oberwallis vom Donnerstag mit diesen Schlagzeilen. GOB wandelt die Garfuer-Verkaufsstelle ab April um. Die Matterhorn Gotthardbahn brieft Lärmschutz, Massnahmen Zeiholz und das Oberwallis will kein welches Fernsehen. Schön zu schauen. GOB kann die zwölf Verkäufsstelle von Garfuer in der Schweiz übernehmen. Die Wettbewerbskommission WIKO hat einer Übernahme mit gewissen Neuflagen zugestimmt. Die Gewerkschaften Unia und Züna sind darin eine gesamthafte Verbesserung der Arbeitssituation für die Angestellten. Durch GOB gesamt Arbeitsverträge sind die Arbeitsplätze vom Personal gesichert. Ab April startet die Umbauarbeit zu Einholz. Im Juni soll der neue GOB Megastore aufbauen. Seit dem Fahrplanwechsel fahren mehr Zeit und die Lärmbelastung des Eiholz hat auch so ziemlich zugenommen. Gegen den Krach der Matterhorn Gotthardbahn hat bis jetzt noch niemand etwas unternommen, weil eine Schmalspurbahn vom Gesetz her keine Lärmschutzwände bräuchte. Mit der Matterhorn Gotthardbahn ist man jetzt aber gleich dran, Massnahmen gegen die Lärmbelastung des Eiholz zu finden. An der Burgerversammlung des Naters sind am Mittwoch am Abend 533 Personen neu in die Burgergemeinde aufgenommen. Die Abstimmung über die Inbürgerung war schriftlich. Der Burgerpräsident Armin Akten war mit dem Resultat von 242 Jahrestimmungen mit 308 Stimmberechtigten zufrieden. Die Kindertagesstätte Ringelreihe in Bric Gleisberg bekommt neue Räumlichkeiten. Der Stadtrat plant einen neuen Stock mit einem alten Zeighäuse. Zwar fällt das ganze Satire raus als geplant, aber ab Anfang des Jahres 2009 soll es bezugsbereit sein. An der GV am Mittwoch haben die Tarifanpassungen einen weiteren Schwerpunkt gebildet. Die Anpassungen hat die Ringelreihe mit steigenden Kästen und im anstehenden Neubau begründet. Am Donnerstag hat Tele-Oberwallis die Petition zu Oberwallis will kein welches Fernsehen lanciert. Mit der Unterschriftensammlung ersucht man im Bundesrat alle nötigen Vorkehrungen zu treffen, dass Oberwallis in Zukunft ein eigenes, konzessioniertes, walliserdietes Fernsehen mit Gebührengeldern hat. Die Woche an Ostern hat es mit uns im Oberwallis mit Sonnen und Strahlen nicht unbedingt gut gemeint. Aber das verziehen wir daran, wenn es auf das Ende der Woche ein bisschen besser kommt. Das ist zwar alles das Wetter für das Wochenende. Überwiegend bewölkt war es am Donnerstag nicht nur auf der Bellalp. Sonnen und Strahlen auf der anderen Seite hat es vor allem im Talgrund gegeben, aber nicht unbedingt in Oberwallis als Seithoteller. Am Freitag ändert sich das. Auch wenn der Tag mehr schlecht oder recht anfängt, gibt es im Verlauf des Tages immer mehr Sonnen, und zwar im ganzen Sendegebiet. Die Temperaturen bleiben ähnlich wie am Donnerstag. In Regionen Leukerbad, Leedschen, Goms, aber auch simpel, erwarten wir plus 2 Grad, das Zermatt 1 Grad und im Saastal sinkt das Thermometer sogar in Brab auf minus 1 Grad. Mit dem Blick auf die nächsten Tage fällt es also etwas leicht, aber alles auf eine andere Art. Am Samstag zum Beispiel erwarten wir viel Sonnenstrahlen, am Sonntag gibt es hohe Temperaturen von bis zu 17 Grad im Oberwallis und am Montag soll es dann wieder regnen. Das waren die Walliser Nachrichten auf Tele-Oberwallis. Schön habt ihr zugeschaut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.